Servus, Gutsche, und hallo, DK ist wieder da zu Alice Madness Returns. Und ja, ab in die Bibliothek. Der Zimmermann hat eine Revue über die Sterblichkeit in Auftrag gegeben. Pfeift auf Gunst und guten Geschmack. Er will nichts als Heiterkeit, Albernheit und gezügelte Ausschweifung. Das Walross hat seinen großen Auftritt als Tod. Stell dir das vor. Ich werde das Skript zum Theater bringen. Geh du, wohin du willst. Der Zimmermann hat dich bestimmt beauftragt, Fischstievers für den musikalischen Teil aufzutreiben. Der Mann hat kein Gespür für Talent. Manche Fische können singen, aber nicht alle. So, so, und ich muss jetzt rausfinden, ob... Ja, typisch. So, hier hinten haben wir nichts, habe ich das Gefühl. Aber wir können jetzt unsere Wopperklinge aufwerten. Und da freue ich mich riesig drüber. Weil wir jetzt genügend Punkte haben, beziehungsweise ein Zehnchen haben. 828, wunderschön. Waffen. Warpalklinge. Möchtest du wirklich ein Upgrade machen? Ja. Gemaxt. Das ist ja schön. Ausgemaxt. Äh, nicht wirklich. Uh, die sieht jetzt cool aus. Die Animation. Ich habe das Gefühl, dass wir auch sogar schneller zuschlagen. Aber es ist nur meine Präferenz. Es ist nur ein Gefühl. Es ist nicht nix nid- und nagelfest, es ist nur ein Gefühl. Ja. Wieso mag ich das nicht? Schweineschnauze. Plus. Fisch. Ohr. Hätte ich Ohren, würden sie schmerzen. Toll, dass du in den Luxus kommst, aber ich nicht. Mistviech. Schwein. Ich höre dich, Schwein. Ich höre dich, Schwein. Ich höre dich, du Sau. Was ist das denn? Ich bin nicht sehr musikalisch, aber du klingst irgendwie verstimmt. Nicht mein Fehler. Ich kann meine Töne nicht hören. Die Pfeifen sind verstorben. Verstorben. Das kann ich sehen. Warum tust du nichts dagegen? Um meine Stimmbänder zu gefährden. Du könntest es für mich tun. Hier hat jeder eine Ausrede für seine Faulheit. Erinnert mich ans Irrenhaus. Ja. Verstehe. So, was gibt's denn Feines für mich? Ach, ein Präsentkorb. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Eigentlich doch, ja. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich mit der neuen Warpike-Klinge echt schneller angreife. Wahrscheinlich wieder mehr Schaden und schneller angreifen. Ich werde das Gefühl nicht los, aber was soll's. Ab in die Hülle des Blöms. Solange wir keine Fische kriegen. L-T. Ah. Ach. Nee. Ohrenschmalz mal anders, habe ich gehört. Krabbe. Ui. Kurzer Prozess mit den kleinen Kleinen. Das mag ich doch. Die Kleinen, die halten aber gar nichts mehr aus. Nicht mal meine Combo brauchen die. Ordentlichen Damage. Ich bin begeistert. Ich mag die neue Klinge. Ich würde cool. Kriege ich jetzt einen zweiten Schlag? Oh, herrlich! Sowas nenne ich mal kurzen Prozess. Gehörknöchelchen mal anders. Kannst du wieder hören? Okay, da müssen wir rein. Nicht schlecht für den Anfang, aber ordentliche Arbeit verlangt, bedeutet mehr Einsatz. Ich bin sicher, du willst ordentlich arbeiten. Ach Gott! Erinnert mich an Merzhase. Uh, die sehen doch mal groß aus. Das wird interessant. Oder auch nicht. Ich mag diese kleinen Pistenfische nicht. Jetzt weiß ich wieder, warum ich die Bopalklinge aufgewertet habe. Hör auf zu singen. Alles schön und gut, aber meine Stinggewalt braucht ein ganzes Orchester. Määääää! Der trifft keinen Ton! Ach, was soll's. Das wird nicht gut. Ach, fucker! Ich mag die großen immer noch nicht. Aber sie sind relativ einfach kaputt zu hauen. Aua! Hysterie! Hysterie! Das sieht geil aus. In der Tat. Sag mal, ist das hier wirklich so, dass wir alle irgendwie einen auf falschen Ton machen? Es gibt ein Problem. Ich finde den Takt für die Noten nicht. Er ist bestimmt nicht weg. Vielleicht verlegt. Ich glaube, ich muss dir wohl helfen, den Ton zu halten. Hoffe, er ist leicht. Oh nein! Nein. Es gibt ein Problem. Verdammt! Wie soll ich das machen? Ich finde den Takt für die Noten nicht. Er ist bestimmt nicht weg. Vielleicht verlegt. Ich glaube, ich muss dir wohl helfen, den Ton zu halten. Hoffe, er ist leicht. Bist du bereit? Ja. Oh Gott. Verdammt! Nochmal! Häää! Was ist Scheiß? Nochmal! Was von vorne? Scheiß Spiel! Leck mich! Gucken wir doch mal! Puh! Zu früh! Hm, tu mich auch! Ist doch ein Witz! Zu früh! Dass ich kleine Lecks habe, hilft wohl auch nicht irgendwie, oder? Nochmal! Jetzt weiß ich, warum ich solche Sachen wie Osu nicht mag. 2, 1, komm! Nein! Falscher Knopf! Arrgh! Jetzt aber, Konzentration! Arrgh! Das Publikum wird dir deine Mühen danken! Klappe! Die mageren Leistungen der Darsteller werden durch meine Musik kompensiert! Bitte wecke sie mit dieser aufregenden Neuigkeit! Mäh! Kurz und bündig! Mäh! Uh, schwere Flasche! Äh, schwere Erinnerung! Nicht bis zur Unkenntlichkeit verbrannt! Nein! Es war der Rauch, weißt du? Eines Tages bist du in der Familiengruft in Oxford wieder mit ihnen vereint! Und das sagst du einem kleinen Mädchen, dass gerade, äh... Ich weiß nicht, aber die Welt ist ein Arschloch! Zwei geschafft, eins noch bleibt! Die Austern sind wahrscheinlich die Stars der Show, wenn man sie wach bekommt! Ja, ist doch wahr! Zack, raus mit dir! Was haben wir denn hier? Ich hoffe noch hier, dass wir eine Ra... Ah! Eine Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Dula! Das will ich zuerst! Das ist wichtig! Keine Leben! Die Radula nehme ich diese Folge noch mit und dann werde ich wahrscheinlich auch mal ein bisschen wieder Feierabend machen, wie es sich gehört. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Eigentlich habe ich ja doch was zu tun, weil ihr wisst, was ich meine. Szene! Ist das nicht toll? Man wird geheilt? Man wird geheilt und bekommt noch Leben dazu. Das ist doch toll. Radula! Was müssen wir hier machen? Ich habe ein dummes Gefühl. Was? Das schon wieder. Au. Eines der lustigeren Minispiele, aber verdammt. Verdammt. Lästig, wenn ihr versteht. Wo hat der mich bitteschön getroffen? Die Sau hat mich doch nie und nimmer getroffen. Steht das hier irgendwo? Ne. Oh, der hat mich allerdings getroffen. Das ist... Geheb ich zu. Auf jeden Fall hat mein Highscore schon mal geknackt. Was ja auch schwer ist, wenn er da rein ist, weil es hier viel mehr ist. Algen! Es wird rot. Korrekt, Fräulein. Es war ja einfach... Rosenfarbe 3 von 4. Yay. 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 Puh. Radula. Wunderbar. Wunderbar. Da fehlt nur noch eine Radula und dann haben wir das hier geschafft. Wundervoll. Gegner da unten. Gegner da unten. Das ist... Bad. Komm. Au. Unfaires Arschloch. Das ging mir viel zu fix. So macht das doch keinen Spaß. Wieso kann ich den... Wieso hat der verwehrt? Zähnchen. Au. Das tut doch jetzt mal weh, oder? Das tut doch jetzt nicht Not. Feuer, bitte. Ein bisschen Konzentration. Ja, wir sind in zwei oder drei Hits. Zähnchen. Haben wir dich erledigt. Und du bist der Nächste. Auf der Liste der... Eingeschnappten Krabben. Ich finde die erstaunliche Einflache dafür, dass sie eigentlich relativ schwer sein sollten müssen. Du hast mich beim Träumen gestört. Ach so. Es geht wohl zur Show. Okay. Was war alles? Echt jetzt? Das war jetzt wirklich alles? Im Wunderland? Ach, nee. Ich sollte mit solchen Alles- und im Wunderland-Filzen echt aufhören. Die sind nicht gut. So. Wo geht's denn hier lang? Geht schon wieder zurück, oder? So. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. S dann